Eine Firma für Haarprodukte möchte dein Gesicht für ihre neue Kampagne. Sie bietet dir 500.000 Euro. Dafür sollst du dich aber einer Haartransplantation unterziehen. Was würde Rata tun? Ja, ich würde es machen, weil das Ding, ich wollte es eh machen. Und es hätte Geld gekostet. Und es hätte sogar viel gekostet, weil bei mir war es so, dass eine Behandlung nicht gereicht hätte, sagt mir der türkische Arzt in Bochum. Und nach einem monatelangen Depression kam dann das, wovon ihr gerade redet. Also bald, gott's up, der young Rata mit langen Haaren. Aber ich nehme auf jeden Fall mehr als 500 Mille.